Hastapada Purana Matsyendrasana ist der volle Drehsitz mit Hand am Fuß. Zunächst gib einen Fuß wie zu dem Lotus, den anderen Fuß gib neben das Knie. Dann drehe dich zur Seite und winde den Oberarm über das Knie und fasse wie in Ardha Matsyendrasana mit der Hand an die Innenseite des Fußes. So bist du in Hastapada Purana Matsyendrasana, also Hand am Fuß, Drehsitz, voller Drehsitz.